So, wir sind vollkommen rein, ne? Jo, Tatsache. Willkommen zurück. Ich fange direkt mal an. Hier haben wir den Laser. Hier haben wir... Ah, da. Ah, ich sehe schon, was abgeht. Zack. Ah, du siehst schon, was abgeht. Psst. Ohne dich umzubringen am besten. Ohne mich umzubringen. Nein, lass das. So, da rein. Perfekt. Lass so hinlegen. Jetzt machst du deine Portale und fertig. Zu einfach. Zu einfach. So. Ah. Ah, ich habe den Plan. Kubus? Du stellst dich bitte einmal hier drauf. Und den Kubus gibst du mir. Mach mal los. Stell ich mal auf die Plattform. Genau so. Äh, wir sehen jetzt da hinten, nachdem sich der Jan da draufgestellt hat, ging hier das Ding runter. Somit habe ich freie Schussbahn, um die Androiden dort hinten zu treffen. Den da, den da. Fließt da drauf. Ja, ist ja schon gut. Volles Ruhe, ey. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit verschwenden. Jetzt fackeln die schön. Genau, wir haben uns da, die uns zu uns gehören. Wie lustig. Ähm, jo, du kannst da runter gehen, schätze ich mal. Und ich mach das jetzt einfach mal so, zack. Jetzt machst du da ein Portal hin. Und am besten direkt auch noch da oben eins hin. Ja, hast du... Ja, ist okay. Passt schon. Hä? Wo? Äh, nein. Nicht da. Quatsch. Da. So. Fast. Gib mal. Lass mal. Ich wuschel mal ein bisschen rum. Vielleicht treffe ich das Ding sogar. Ne, deiner ist fehl. Ne, meiner war ja gerade. So, jetzt. Du musst das Portal hier oben anders machen. Weiter nach links. So, ist an. Damit geht die Treppe nach oben. Und so nach oben. Wir gehen ebenfalls nach oben durch diese schöne Tür. Und sind direkt beim nächsten. Tag A. Ja, doch. Ich bin drin. Und so werden wir da ausneinander gewassert. Ich sehe sehr, sehr gut aus. Hallo. Du stehst nicht richtig drin. Aber GLaDOS hat recht. Ich sehe in der Tat sehr gut aus. Findest du nicht auch? Also ich finde in der Tat, dass Pi-Buddy ganz gut aussieht. Ja, laufendes Häppchen. Ja, wahrscheinlich. Ich finde, das sieht eher so eiförmig aus. So ein Hühnerei so. Na, langgezogen ist ein. Mit extrem langen Beinen. ETF. Scheiße. Schere, Schlemmpapier und ich habe natürlich verloren. Wer muss stehen? Alter, lass das. Haha. Aua. Aha. Tritt er mir in die Eier. Nutshot. Ähm. Jo, warte mal. Also da oben muss ein Laser rein, damit die Tür aufgeht. Das heißt, den Laser müssen wir wahrscheinlich umleiten. Jetzt habe ich den Meisterplan. So, hiermit bewegen wir natürlich das. Äh, du stellst dich bitte dann nur da drauf, wenn ich dir das sage, okay? Jan? Ja. So, I'm ready. Gut, so. Ähm. So, perfekt. Runter. Ah, das hat man noch in diesem komischen Eilenten-Filie. Au! Du bist ein Vogel, Mann! Sorry. Ah. Du bist ein Vogel. Wir haben nicht so viel Aufnahmezeit, du Nuss. Also. Sorry. Runter damit. Ah. Jetzt hoch damit. War schon richtig. Äh. Auch war das da vielleicht. Runter. Doch, war richtig. Hoch. Nicht. Stopp. Zurück. Zurück. Ah, perfekt. So, und jetzt bitte runter. War richtig. So, genau. Jetzt runter. Und so bleiben. Ähm. Ich bin direkt hier. Hab einen Laser dabei. Mach du mal die Portale. Genau. Zack. Jo. Weiter geht's. Eine Testkammer, denke ich noch. Boah, das schaffen wir noch. Wenn wir weiter so schnell sind, dann passt das. Dann kriegen wir noch ein paar Testkammern hier rein. Sind ja gerade mal so fünf Minuten, da passt. Joa, was kriegen wir hin? Machen wir mal ein bisschen längeres Video. Schneiden wir dann schön zu. Das wird dann schon. Na ja. Ja. Ja, das ist auch wieder so ein schöner Ladebildschirm. Ich finde das besonders schön gemacht einfach, dass es nicht so einfach ist. So, was müssen wir denn hier machen? Ähm. Mal schauen. Ähm. Also hier, wenn du da drauf drückst, du siehst schon, hier steht schon wieder, wenn du da drauf drückst, kommen Kubus, was heißt, der hier geht kaputt. Okay. Achtung, hier gibt's Wasser und da kommt Platten schon raus. Ja, ähm, wir wollen natürlich keinen verwirren hier, aber ich sag dir jetzt einfach mal, was du machst, und zwar, wenn ich den Laserschrall hier reinrichte, dann geht hier dieses, geh mal näher dran, da rüber, geh mal da rüber. Da ist so ein Teil mit Stacheln dran. Das tötet dich, wie du dir vorstellen kannst, deswegen werde, geh mal besser aus der Reichweite des Lasers, der gleich kommen wird. Kannst du da, ja, drüber springen. So. Sehr merkwürdig umgeleitet. Nicht gegenlaufen! Fail. Ja, in der Tat, fail. So, nicht gegen die Wand laufen, bitte. So, jetzt gehst du weiter, stellst dich einfach mal auf diese Plattform, oder nee, besser gar nicht auf diese Plattform, dre dich mal um, und da ist so ein kleiner Vorsprung. Genau diese Platten, da bleibst du mal drauf stehen, bitte. So, jetzt guck einmal, was passiert, wenn ich die einzelnen Teilnehmer, ich kenne diese Kammer nämlich schon, guck mal, was da passiert, hinter dir auch, übrigens, dreh dich mal um, da geht deine Platte runter, und eine andere kommt nach oben. Dann lass mal deinen Vorschlag hören, würde ich mal sagen. Warte mal kurz, mach mal kurz wieder den Strahl da hinten rein. Ja, wenn ich den Strahl da hinten reinmache, passiert was ganz anderes. Dann geht nur dieses Ding da hinten. Warte. Genau. Und jetzt stellst dich auf die Plattform, ich würde dir nur raten, das erste Portal jetzt vor dir ein bisschen tiefer zu setzen. Noch ein bisschen tiefer? Rechts, steh. Und dann mal los. Und bäng, und durch. Und jetzt wartest du gleich und stellst dich wieder auf diesen Vorsprung. Hoffen wir, da ist kein Vorsprung. Du musst, ich fahr dich einfach bis ganz nach oben und mach dann gleich den Laser auf die andere Seite. Kann ich einfach das raufspringen und dann nach oben? Nein, geht nicht. Alter, fahr mal nicht an die Decke. So, pass auf, dass du mich in die Stacheln haust. So, jetzt rüber. Genau. Übrigens, hast du am Anfang ein Portal gemacht? Hä? Irgendwie. Genau, warte mal, ich hab den Plan. Bleib mal da. Bleib mal da. Und zwar. Mach ich das einfach mal so. Ähm. Ich werde mich jetzt auf die andere Seite begeben. Was hast du jetzt gedrückt? Nee, war da gerade ein Schalter oder so, den du betätigt hast? Nee. Dreh dich mal um. Geh mal weiter. Ist da irgendwie was? Nee. Ja, da ist ein Portal. Dann mach bitte mal. Ach doch. Was mach ich denn so schwer? Tag. Jo, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit dieser Folge, oder? Nein. Gucken wir nochmal. Doch. Diese Folge. Damit verabschieden wir uns mal. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich würde sagen, ja. Tschüss. Dann bis zum nächsten Video. Ah, joa. See you soon, you monster.